ja ich muss gucken wo waren die ich glaube die waren auf der anderen seite durch da ich bin in meinem hobbit-hützchen fertig ich habe hier so ein wither skelett hilfe ja wir brauchen die köpfe dann können wir den woher kommen ja oh scheiße ich muss ganz schnell weg was los ich bin vergiftet habe ich jetzt die blaze erwischt ach das vergiftet ist so nicht wild aua ich habe gerade meine herzen nicht gesehen wie geht denn das ach die kommen nicht durch die kommen nicht durch das tor hier durch ja aber haus nicht außerdem kaputt das tor das ist ja geil die kommen nicht durch warte kurz durch und hauen warte vorsichtig dort ich bin voll kannst du was aufsammeln will ich hier noch was ich muss jetzt die fach hier ist eine kiste hast du so einen kleinen weihnachtsbaum eigentlich sollte er schon groß sein ne hier aber nun also muss da lange die wo die steine dran gepackt sind oben in der ecke ja ich packe jetzt erst mal die kiste hier voll mit dem ganzen schund den ich dann gleich hier raus hole was war das genau das brauche ich alles was nicht dazugehört also ein schlück graue wolle noch kommt der weihnachtsbaum jetzt in die villa oder draußen in der villa ist zu wenig platz da da ist zu wenig platz draußen auf jeden fall auf diesem platz am besten bei den hobbit hütten oder davor lagerhaus oder so was da ist jetzt kein platz mehr vor dem lagerhaus vor dem lagerhaus okay vor dem lagerhaus er ist so eine kleine fläche da hat da schon mal platz hier wo ich bin hier wo ich bin da ist noch ein skelett soll ich mal gehen wir den weg zurück das skelett haue ich jetzt noch platt wo ist das hin das ging doch gerade noch um die ecke jetzt ist weg etwa hier ich habe kein holz mehr guck mal ins lagerhaus das ist eine holztruhe ja ich denke das hätte ich auch erahnt meinst du doch ähm boah zwei schüsse aus dem pfeil und das ding ist kaputt geil hat aber nichts hinterlassen muss man das irgendwie speziell kaputt machen dieses teil da ne 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 die haben aber bloß mal red dropshops okay wird was skelett oder was ja genau die masken weil das wäre so eine schöne zierde für den baum die masken oh da geht es aber auch da geht es tief runter jetzt muss ich schwer aufpassen zusammen und dann steht er vor uns sind wir eingeschissen wer da wo ist er hier äh haben wir irgendwo hühnereier rumliegen ich habe noch welche muss man die geben bitte wo wirst du äh an der hühnerfarm moment ich habe gerade welche eingesammelt so und ich muss jetzt schwer aufpassen boah komm her komm her komm her komm komm hier rein ich schmeiß die einfach bei der hühnerfarm aus ich glaube er ist bei der anderen hühnerfarm ich schmeiß die ist aber einfach da man das ding ist ich dachte schon das wäre drei groß das wir haben kein dunkles holz mehr dann ich komme zu dir hin wir haben kein dunkles holz mehr wir brauchen dunkles holz wow 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 jetzt hatte ich mich lang scheiße oh verkackt alter ich höre Auaaaa ich sehe nur noch die schmucht und dann lande ab und zufällig und dann kappelst du und kick der über die schmucht hallo so warte wie steht das wir brauchen dunkles holz wir haben keins mehr dank dir boah ich glaube ich haue ab ich hab noch ein Herz ich kann ja die Bäume nicht so gut zerhauen ja dann hole ich was hallo Gesundheit! Danke! Das ist ja richtig gefährlich hier, Jungs! Verlohn, gib uns einfach einen OP, dann können wir auch diesen Timber mal platzen. Ah, da stellen wir noch ein, dass es ja auch so geht. Richtig! Ich meine, es wird schon keiner cheaten. Naja. Und wenn, sieht man sowieso. Eben. Also ich schaue jetzt definitiv ab, zurück nach Hause. Also ich habe keine Kohle, keine Fackeln. Keine Köpfe, die gerollt sind. Also bei mir droppen die Typen eigentlich immer ganz gut. Ich finde einmal Nethergang hatte gleich drei, vier Köpfe. Bei mir am Ende der. Ja. Ich glaube, ich sehe ein Spawner Zeug, oder? Boah, das ist so duster hier. Unglaublich dunkel. Gefahr von nix. Eigentlich müsste Balloon sich jetzt noch hier so ein Weihnachts-Textor-Paket schnell reinknallen. Das wär's doch. Naja. Boah, es ist so dunkel. Ich glaube, die Zuschauer sehen jetzt hier gar nichts mehr. Ich kann mich nur noch herantasten. Ich geh mal hier auf den Balkon zum rausgucken. Ja, wie schön. Aber kein Spawner zu sehen. Naja, und du weißt ja, wo einer ist, ne? Was? Der Spawner? Nö. Die Spawner hätten aber gar nichts mehr. Ich hatte auf jeden Fall mal einen. So, ich laufe jetzt mal hier zurück. Ich glaube, ich muss hier lang. Da. Ah, noch ein Skelett. Das hole ich mir. Boah, das kam mir aber richtig schnell angerast hier. Scheiße. Was war denn das? Ein Speed-Skelett, oder? Das hat sich hier... Hat sich das durchgebuddelt? Ne. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Das war Superspeed, ey. Mich gar nicht gewohnt. Ich seh ihn zum ersten Mal. Huch, was ist denn das? Also wenn wir so weiterholzen, haben wir bald mehr Baufläche. Für noch mehr Häuser. Ja. Ja, baut mal lieber wieder Bäume an. Ich versuche ja jetzt den Baum zu bauen. Eigentlich könnten wir, äh... dann größere Projekte mal angehen. Ach, da ist das Portal. Ich komme! Huui! Achso, ich weiß doch, wo... Ah, ich Honk, ich weiß doch, wo was ist. So, jetzt muss ich aufsammeln, was geht. Das Wichtigste zuerst. Pree, wie viel Holz hast du schon? Eins, zwei, drei Stocks. Ja, geh dann schon mal hin, dann baue ich schon mal weiter. Weil wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Zeit. Nein, nicht mehr so viel Zeit. Ihr habt jetzt noch knapp 20 Minuten. Ich laufe einfach jetzt in Richtung Wald, wo die Bäume immer wieder verschwinden. Da werde ich dich schon finden. So, ich komme jetzt aber auf. Ich bin da. Ich werde zurück. Dankeschön. Oh, tolle rhythmische Musik von mir, dem Metalhead. Da wundern sich gewiss auch einige mit Martin, wie eine Scheißmusik. Ja, das denken alle. Tja, so denken alle. Oh, ich kann noch graue Wolle mitbringen. Yeah! Haben wir schon Leaves? Ähm, nein. Ich bringe jetzt erstmal die Sachen hier rüber. Doch, in der Villa ist nur zwei, da ist nichts dran. Ja, stimmt. Ja, ihr habt doch welche gemacht, boah. Für den Itsuna. Boah, das ist wieder mal ein dicker Baum, du. Ja. Warte mal, dann mach ich mal. Ach, nicht so. So ein Screenshot von Lächel mal. Hallo. Hey. Zack. So. Ich kann mal sehen, ob das jetzt hoch genug ist. Hallo und guck mal in die Richtung, wo der Nadelwald war. Kann man mittlerweile aus Kürbissen was Essbares machen? Ich glaube ja, ne? Hm. Kürbiskuchen. Äh, ich sehe noch einen Nadelwald, aber viel weiter weg. Ja. Hahaha. Ich hab mich das bisschen in den Weg gekloppt. Junge, hast du auch nachgepflert. Ich sehe dich dahin. Ich zoome mal ran. Dann hab ich das nachgepflert. Yeah.